Ein Gemälde, das einen Juden mit Dracula-Zähnen zeigt und mit SS-Runen. Und daneben ein Schwein mit David-Stern und der Aufschrift Mossad auf dem Helm. Das ist keine Kunst. Das ist Antisemitismus. Übelster Judenhass ausgestellt bei uns in Deutschland bei der Documenta. Also nicht im Iran, sondern hier mitten unter uns. Deutschlands wichtigste Kunstveranstaltung ist das die, die der Bundespräsident sogar persönlich eröffnet hat. Judenhass ausgestellt und soll von der Welt bestaunt werden. Bild hat Klartext gesprochen und geschrieben, unser Chefredakteur Johannes Boje. Er spricht, hier sehen wir das Kommentar heute in der Bild-Zeitung, von einer Schande für unser Land. Hier hängt Dreck an der Wand, schreibt er. So widerlich, dass man sich übergeben möchte. Das sind die klaren Worte des Bild-Chefs. Ja, die wenigstens eine Reaktion gebracht haben. Die Documenta hat diese angebliche Kunst nicht weggeschafft, aber verhüllt. Verhüllt. Wir schauen einmal auf das aktuelle Gemälde, wie es dann verdeckt wurde durch einen großen schwarzen Vorhang. Verdeckt, aber nicht vergessen. Johannes Boje, Bild-Chef bei uns im Studio. Damit ist die Sache nicht aus der Welt geschafft. Nee, damit ist die Sache überhaupt nicht aus der Welt geschafft. Die Verhüllung ist ja praktisch ein nachdenklicher Umgang mit etwas. Es kann teilweise gezeigt werden, teilweise aber muss es überdeckt werden. Man denkt sofort an Debatten über Kunstfreiheit. Man denkt an einen klugen, differenzierten Umgang mit verschiedenen Gemälden. All das ist es ja gar nicht. Es ist knallharter Antisemitismus. Hier wird ein Jude als Schwein gezeichnet. Hier wird Israel in einer Art und Weise verunglimpft, die mit normaler Kritik an einem Land nichts zu tun hat, sondern die einfach antisemitisch ist. Das Ding hätte abgehängt werden müssen. Mehr noch, es hätte niemals aufgehängt werden dürfen. Und man wusste im Vorfeld schon so viele. So viele Stimmen haben gewarnt. So viele Stimmen haben auch vor diesem Künstlerkollektiv gewarnt. Israel, vorher ausgeladen, dürfte keine künstlerischen Beiträge zeigen. Ja genau, also die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, sie hätte es eigentlich besser wissen müssen, der Bundespräsident, der da war und eine für seine Verhältnisse kritische Rede meint, gehalten zu haben, hätte es auch besser wissen müssen. Ja, meine Güte, man muss sich eben mal damit befassen, was man in diesem Land aufhängt. Das gilt im Übrigen für jedes Land. Vielleicht vorher mal drauf gucken, dann passiert sowas auch nicht. Und Patricia, du hast es ja gerade gesagt, die Anzeichen waren ja da. Also wenn es schon vorher wochenlang von guten und wichtigen Institutionen, von Experten beim Thema Antisemitismus und ehrlich gesagt auch einfach von jüdischer Seite schärfste Kritik gibt, Sorge, dann muss ich doch als Kulturstaatsministerin Claudia Roth oder als Bundespräsident das sehr ernst nehmen und sagen, Mensch, da befasse ich mich jetzt aber mal richtig damit, bevor ich das Ding eröffne, bevor ich das feiere und im Fall von Claudia Roth, bevor ich es auch noch verteidige. Vom Zentralrat kam die Warnung vor der Ausstellung, nicht als es schon passiert war. Das hast du gerade angesprochen, Johannes. Lass uns in die Köpfe versetzen von Claudia Roth, von Frank-Walter Steinmeier. Was passiert dann möglicherweise in den Köpfen? Ist das Desinteresse? Ist das völlige Ignoranz? Oder ist das möglicherweise sogar Lust daran, genau die Debatte jetzt zu führen? Ich befürchte und ich sage es ungern, weil er ja schließlich der Präsident ist, aber ich glaube, bei Frank-Walter Steinmeier ist es weitgehend Unfähigkeit. Hier muss man einfach sagen, er hat ja auch zum Beispiel in die Iranische Republik den Terrorstaat schlechthin, der Israel vernichten möchte, ein Glückwunsch-Telegramm geschickt, von dem er im Nachhinein beweisen konnte oder nahelegen konnte, dass er das gar nicht verschicken wollte. Das war praktisch versehen in seinem Haus, wo sowas passiert, da wundert einen gar nichts mehr. Bei Claudia Roth ist die Sache anders gelagert. Ich glaube, sie hat ein durchaus intrinsisch in ihr drin vorhandenes Interesse daran, die Grenzen so zu verschieben, dass eben das, worauf wir uns mal geeinigt hatten, dass es unsagbar ist, nämlich Antisemitismus, Judenhass, dass das wieder mehr und mehr gesagt werden kann. Man sieht es ja auch bei Claudia Roth an anderen Dingen, die sie so tut, zum Beispiel, dass sie den Vertretern des eben schon erwähnten iranischen Mullah-Regimes die Hand schüttelt, dass sie, wenn sie dort ist, sich ostentativ verschleiert. Also sie leistet hier eine Ideologie, dem Judenhass, nämlich von muslimischer und auch linker Seite Vorschub, in einer Art und Weise, dass ich mich gar nicht gewundert habe, dass ich ehrlich gesagt niemand darüber wundern muss, dass dann eben sowas rauskommt und dass wir dann Judenhass-Gemälde in Deutschland, in Kassel, auf großen Wänden hängen haben. Muss Claudia Roth zurücktreten? Ja, meines Erachtens nach hätte sie den Job nie kriegen können oder sollen, denn mit Claudia Roth ist es ja ein bisschen wie mit der Documenta selbst auch. Es gab ja eine ganze Menge Anzeichen zuvor, dann hat man es trotzdem gemacht und jetzt im Nachhinein ist der Schaden da. Ja, genauso ist es auch mit Claudia Roth, wer ihre Karriere länger verfolgt hat, weiß einfach, dass sie und ihr Agieren im Kunstmilieu auch dezidiert antisemitischen und anti-israelischen Organisationen, wie dieser sogenannten BDS, Boycott, Divestment, Sanctions Organisation, also einer stark anti-israelischen, in Teilen extrem antisemitischen Organisationen, immer wieder Vorschub geleistet hat. Das hat Claudia Roth gemacht und jetzt ist sie eben in dem Amt, muss man sich nicht wundern, dass sowas passiert. Also klar, sie muss zurücktreten, wird sie vermutlich nicht, sollte sie aber. Sie hätte aber eigentlich gar niemals in dieses Amt gehievt werden dürfen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.